Ich unterrichte Analysis 2 für die Studiengänge Maschineningenieurwesen und Materialwissenschaften. Das sind zwei sehr große Studiengänge, 6 bis 700, 750 eingeschriebene Studierende. Die Vorlesung ist geplant für morgens um 8, nicht alle sind so wach zu dieser Zeit. Und ja, okay, das bringt Herausforderungen, wie man diesen Unterricht gestaltet. Und die zweite Sache, die da drin ist, nicht nur die vielen Leute, sondern auch das Feedback ist unglaublich wichtig. Das ist die zweite große Challenge. Man weiß aus der Didaktikforschung, Feedback ist das Hauptkriterium, das Wichtigste überhaupt, was Lernerfolg beeinflusst. Also versuche ich irgendwie, diese beiden Dinge unter einen Hut zu bekommen. Die vielen Leute und das Feedback. Und dazu gebe ich den Studierenden so viele Möglichkeiten, wie ich nur kann. Es gibt auch Skripte, es gibt Vorlesungsnotizen, es gibt Aufzeichnungen. Die Leute müssen nicht kommen, wenn sie das nicht als Mehrwert empfinden und das ist okay für mich. Ich versuche das alles also zu erreichen, indem ich nicht der Schulmeister bin, der vorgibt, du musst das dann und dann so und so machen, sondern ich erzähle mich viel mehr als Coach, als Begleiter, als jemand, der ermöglicht, dass die Studierenden ihre Fähigkeiten abrufen können und das dann lernen, wann sie es wollen, wann sie es können, wenn es gut für sie ist, quasi auf wie eine Art Spielplatz zur Verfügung stellen, wo es halt Möglichkeiten gibt, das zu lernen, was man lernen möchte.